Hier können wir nix machen. Ne. Okay, alles klar. Ich begeb mich jetzt schon hin. Sehr gut. Ich geh ja schon hin. Hep, 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 hep. Okay. Ah, alles klar. Das ist mein Wagen. Oh. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach, du Scheiße. Hey, da ist drauf. Stopp. Stopp. Alter, hör auf. Scheiße, ich werde nicht jeden Einzelnen von euch umgehen. Nein. Boah. Komm, 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 komm. Ich glaub das nicht, ey. Ich hab die Geführung-Munition von da weggegeben. Ich hab dich bewahrt. Hau ab. Hau ab. Man kann sein Gesicht gar nicht mehr erkennen. Hau ab. Wir müssen Munition finden. Wir müssen unbedingt Munition finden. Autoschissen. Okay, okay, Autoschissen. Alter Mann, Junge. Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufnehmen. Hau. Ich hab so Schiss, Alter. Das ist der hinter mir gerade am Biss. Hau. Alter. Ich hab ich glaube, ich versuche mal alles hier ernst zu nehmen. Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Na, schlag mal zu. Oh. Okay, guck mal hier ist hier noch irgendwas. Nee, 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 nee. Alles frei. Hier das noch. Oh. Oh. Alter. Ich zerquetschte ich wie alles. Ich hoffe, Margarita tust dich nur. Hau ab, hau ab, hau ab. Alter. Ach, wir müssen noch auf die Seite. Oh, no, ey. Du und deine Scheiß-Kerbel können mich mal. Nein. Nein. Wir müssen den, glaub ich, irgendwie... Wir müssen den irgendwie an die Pinnenslocken. Alter. Alter, Schwier, das ist so süß. Ich zieh dich, bleib mich gericht dich. Das kann ja nicht wahr sein, ne? In der Garage. Ah. Alter, wie kriegen wir das hier auf? Verrier dich nicht! Äh! Wie kommen wir hier weg? Ohne Scheiß, Alter. Das ist doch vor Richtig. Wie kriegen wir den da raus? Oh. 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 Alter Schwede. Okay. Alter, ey, das ist... Ey, nicht nochmal, ohne Scheiß. Äh, die in den Kampf helfen können. Ja, was denn? Oh, ist schon wieder die Szene. Ey, ohne Scheiß, nichts für schwache Nerven. Nichts für schwache Nerven. Warte mal, kann ich jetzt vorher noch Munition holen gehen? Geht das? Muss ich vielleicht einfach nur schneller sein? Kann das sein? Oh, ich weiß nicht. Führerschein kann ich ihm auch nicht zeigen, weil ich meine, der wird eh... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt kann, ey, was mit ihm gemacht wird. Spartaniert. Das ist, glaub ich, eh in der Schaufel, ne? Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf. Stopp. 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 Ich werde jeden einzelnen von euch hochlegen. Okay, okay, ich bin nur Auto. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ist der tot? Ich weiß nicht. Der ist weg. destru. Das ist weg. Nee. Nee. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Nee. Nein. 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 Nein! Scheiße! Mein Gott. Du Scheiße. Alter Schwede. Alter Schwede. What? Was? Ne. Hör auf! Geh weg! Nein! Der nicht sehr, wie er gegrillt wird, aber er ist bestimmt nicht tot. Alter, guck ihn dir an. Der ist durch, ey. Der ist nicht Medium. Der ist sogar... Der ist Rär. Okay, wir werden die mal alles mit, was wir kriegen können. Der Leiter ist runtergefahren. Okay. Pistol-Munition. Die wird, glaub ich, auch noch was sehen. Also man sieht auch, wenn es gerade bei dem Tod, also die Runde davor gesehen hat, wenn man zu langsam agiert, dann wird man auch, äh, dann entgeht einem auch eine Option, ne? Also das ist dann schon, das ist schon geil gemacht. Aber das war's für den locker nicht. Ähm, hoch. Nein, natürlich. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was wunderbares sehen. Boah! Scheiße! Alter! So ein Schuss, Alter, was der mit... Ey, der... Der hat noch gezwinkert, ey. Lass mich hoch, lass mich hoch. Okay. Taschlampe. Ich sammle einfach immer ein, ne? Ich... Tut mir leid, da bin ich immer so ein bisschen greedy. Was ist das? Flinten-Munition. Steht gleich schon wieder auf, ey. Okay. Ah, das Ding, was wir brauchen, glaub ich, zum Einsetzen, oder? Kann halt sein. Bei dieser einen Tür. Ähm, ja, auf. Achso. Okay, alles klar, hab ich genommen. Okay. Okay, ich fühl mich jetzt gerade so ein bisschen in Sicherheit. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich bin... Huh, also... Die Session geht auf jeden Fall noch weiter, aber ich bin schon echt platt, also... Danach kann ich, glaub ich, schlafen gehen, nach der Session, ey. Hier wird es bestimmt alles klar, bis zur nächsten Folge, haut rein. So...